Die E3 2013, die wichtigste Spielemesse des Jahres, steht vor der Tür und wir fassen zusammen, welche Spiele ganz sicher gezeigt werden und über welche Titel bislang nur gemunkelt wurde. Killzone Shadow Fall ist selbst für die PlayStation-exklusive Sci-Fi-Shooter-Serie noch ein weiterer Schritt in die Zukunft. Die Handlung spielt nämlich rund 30 Jahre nach dem Ende von Killzone 3. Die Helghasts sind besiegt und leben als unterdrücktes Volk hinter gigantischen Mauern auf dem Menschenplaneten Vectar. Kein Wunder, dass es eines Tages zum Aufstand kommt, den wir diesmal allerdings nur auf der PlayStation 4 erleben werden. Viel hat Capcom über sein Rollenspiel Deep Down im Rahmen der PS4-Vorstellung Anfang des Jahres nicht verraten. Umso beeindruckender war der erste Trailer, auch wenn nicht klar ist, ob das hier wirklich Spielgrafik ist. Aber da wird die E3 ja wohl hoffentlich etwas Licht ins Dunkel bringen. Und vielleicht erfahren wir ja auch, dass Deep Down in Wirklichkeit der Nachfolger zu Dragons Dogma ist, über den bereits wild spekuliert wird. Forza Motorstorm 5 war eines der wenigen Spiele, die Microsoft im Rahmen des Xbox One-Reveals zeigte und auch wenn die Details zu Inhalt und Umfang des Rennspiels noch ausstehen, der erste Trailer sah beeindruckend genug aus, um Vorfreude zu wecken. Um das South Park-Rollenspiel Stick of Truth oder Stab der Wahrheit, wie es im Deutschen heißt, war es nach der THQ-Pleite sehr still geworden. Doch der neue Markenbesitzer Ubisoft und der Entwickler Obsidian wollen im Rahmen der E3 endlich Neuigkeiten zu dem 2D-Rollenspiel verraten, das der TV-Vorlage zum Verwechseln ähnlich sieht. Es ist nicht offiziell, aber die Gerüchte spitzten sich in den Tagen vor der E3 zu. Da sicherte sich EA die Rechte an Webseiten, da tauchten auf Amazon-Seiten bereits Produkte mit dem Namen Mirror's Edge 2 auf. Wir hoffen deshalb auf eine offizielle Ankündigung im Rahmen der Spielemesse und auf ein baldiges Wiedersehen mit unserer Parcours-Heldin Faith. Pro Evolution Soccer 2014 wird nicht für die Next-Gen-Konsolen veröffentlicht. Trotzdem nutzt Konamis Fußballspiel bereits dieses Jahr die neue Fox Engine, die noch bessere Grafik und ein überarbeitetes Physiksystem liefern soll. Bei EA setzt man hingegen voll auf die neuen Konsolen und spendiert FIFA 14 für die PS4 und Xbox One sogar eine neue Engine. PC-Spieler und Besitzer der alten Konsolengeneration bleiben bei der neuen Technik allerdings außen vor. Die miese Stimmung bei den Fans ist so also ein bisschen vorprogrammiert, die Verkaufszahlen wird es wahrscheinlich trotzdem nicht mindern, denn FIFA gehört ja schließlich jedes Jahr zu den Top-Sellern weltweit. Nach langer Pause will EA Sports in diesem Jahr seine Basketball-Serie NBA Live fortsetzen. Wie bei FIFA 14 kommt auch hier auf den Next-Gen-Konsolen die neue Ignite-Engine zum Einsatz. Die Halo-Erfinder von Bungie arbeiten inzwischen für Activision und basteln für den größten Publisher der Welt an einer neuen Marke namens Destiny. Vorerst allerdings nur für die Next-Gen-Konsolen. Destiny ist ein Sci-Fi-Shooter mit starker Online-Komponente. Und der Release-Plan für die Fortsetzungen und Add-ons steht bereits für die nächsten 10 Jahre fest. Bei Bungie und Activision hat man also ganz großes Vor mit Destiny. Castlevania Lords of Shadow 2 setzt da an, wo der Vorgänger aufhörte. Mehr wollen wir hier aber gar nicht verraten, denn sonst ist das Ende von Teil 1 gespoilert und den können PC-Spieler ja erst im August 2013 spielen, denn dann ist das erste Lords of Shadow endlich nicht mehr Konsolen-exklusiv. Eine passende Einstimmung auf die Fortsetzung des Action-Adventures. Square Enix startet die Thief-Reihe neu, deren ersten beiden Teile bei uns unter dem Titel Dark Project liefen. Das neue Spiel heißt jetzt einfach nur noch Thief, schickt aber erneut Meister Dieb Garret über die Dächer einer namenlosen Stadt. Auf der E3 gibt es nach ein paar ersten Screenshots hoffentlich endlich auch die ersten Gameplay-Videos zu sehen. Auch bei Dying Light vom polnischen Entwickler Techland gab es bislang nur ein paar Screenshots für die Öffentlichkeit zu sehen. Das wird sich im Rahmen der E3 hoffentlich ändern, denn der Publisher Warner Bros. will diesen Mix aus Zombie-Survival im Stil von Dead Island und Parcours-Action, wie wir sie aus Mirror's Edge kennen, auf der Messe zeigen. Metal Gear Solid 5 sind genau genommen zwei Spiele. Ground Zeroes wird das Prequel, das verrät, wieso wir im eigentlichen Hauptspiel The Phantom Pain anfangs aus dem Koma erwachen. Und wie üblich bei der Serie herrscht vor dem Release von Metal Gear Solid 5 reichlich Unsicherheit über Gameplay-Elemente und Story. Aus Erfahrung können wir aber sagen, dass wir wohl mindestens überrascht sein werden. Überraschen lassen möchten wir uns auch von The Last Guardian. Und da würde uns die Anwesenheit des Spiels auf der E3-Messe erstmal völlig reichen. Bislang ist der Auftritt des neuen Spiels, der Aiko und Shadow of the Colossus-Macher, nämlich nur ein Gerücht. Eine gute Gelegenheit, um aus der Versenkung aufzutauchen, bietet die Messe aber allemal. Und wir wären nicht überrascht, wenn The Last Guardian inzwischen als PS4-Titel entwickelt wird. Resident Evil-Erfinder Shinji Mikami und sein Studio Tango Gameworks wollen uns mit ihrem nächsten Spiel, The Evil Within, endlich wieder das Fürchten lehren. Das hatten in den letzten Jahren hier nur noch die Indie-Spiele im Stil eines Slenderman geschafft. Die Zutaten für The Evil Within sind dabei recht klassisch. Eine bizarre Parallelwelt rund um eine Irrenanstalt, ein Cop, der des Nachts von allerhand Monstern gejagt wird und natürlich die permanente Munitionsknappheit. Wir sind sehr gespannt, was der Publisher Bethesda auf der E3 zeigt und ob der AAA-Horror der frühen Resi-Spiele ein Comeback feiert. Vor der E3 teaserte der Entwickler Telltale Games bereits Neuigkeiten zu seiner Adventure-Serie zum TV-Hit The Walking Dead. Ob es nun aber Season 2 wird oder vielleicht eine Mid-Season-Episode, werden wir wohl erst auf der Messe erfahren. In jedem Fall kann sich das Team über viel Aufmerksamkeit freuen, denn das fünf Episoden lange Walking Dead-Adventure war 2012 der Überraschungshit des Jahres. Die Rollenspiel-Serie Mario & Luigi geht mit Dream Team Brothers in die nächste Runde, diesmal auf dem 3DS. Um Prinzessin Peach aus den Fängen des Fletermaus-Königs zu retten, reisen Mario & Luigi in eine Traumwelt. Hier erleben wir das Spiel nicht mehr aus der Draufsicht, sondern wie ein klassisches Jump'n'Run von der Seite. Gekämpft wird, wie in der Serie üblich, rundenweise. Shadow Fall ist nicht das einzige Killzone-Spiel, das derzeit in der Entwicklung ist. Für die PS Vita wird noch vor dem PlayStation-4-Killzone der Ableger Mercenary erscheinen. Darin kämpfen wir erstmals sowohl auf Seiten der Menschen als auch im gut bezahlten Auftrag der Helgas. Und während Killzone Mercenary zeigen soll, welche Grafik-Power in Sonys jüngster Handheld-Konsole steckt, will uns das Third-Person-Adventure Terroway zeigen, was für herausragende Zusatzfunktionen die Vita zu bieten hat. Da kleiden wir Figuren neu ein, indem wir mit der Kamera Fotos von passenden Mustern schießen, da malen wir auf dem Touch-Display Objekte in die Spielwelt hinein oder nutzen die Touchfläche auf der Rückseite der Konsole, um mit den Fingern durch den Boden der Spielwelt zu stoßen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017